In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dein iPad fit für die Verwendung mit den Apps wie Word, PowerPoint und Excel von Microsoft machst. Du siehst hier nun den Homescreen meines iPads und ich habe mir auf der ersten Seite bereits einen Ordner angelegt mit dem Namen Microsoft 365. Diesen Ordner öffne ich nun mit einem Tipp und darin liegen die Apps von Microsoft, die wir für dich auf dein iPad vorinstalliert haben. Möchtest du nun unsere Lernplattform Teams nutzen, tippst du dazu einmal auf Teams. Dann wirst du aufgefordert, dich mit deinem Schulkonto anzumelden. Dein Schulkonto ist deine E-Mail-Adresse, also vorname.nachname at mms-radstadt.at. Mit einem Klick auf Anmelden kommst du nun zur Passworteingabe und gibst nun noch dein Passwort ein. Nachdem du nun dein Passwort eingegeben hast, fragt dich dein iPad noch, ob Teams dir Mitteilungen senden darf. Ich würde dir empfehlen, dass du hier Erlauben wählst, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn etwas für dich in Teams passiert. Danach fragt dich Teams noch, um die Erlaubnis auf dein Mikrofon zuzugreifen. Das würde ich auch wieder erlauben, da du ja in Teams auch Videocalls abhalten kannst. Nachdem du dich am unteren Rand mit dem Weiter-Button durch eine kleine Einführung geklickt hast, bist du nun fertig, um mit Teams zu starten. Du bekommst noch die Datenschutzoptionen angezeigt, ich klicke hier nun auf Verstanden und schon befindest du dich nun in Teams. Am linken Rand findest du wie immer die gewohnte Leiste, mit der du zwischen den Aktivitäten, dem Chat, den Teams, den Aufgaben und so weiter wechseln kannst. Tippe ich hier nun also auf Teams, siehst du nun die Teams, in denen du Mitglied bist. Mit einem Klick auf den Home-Button wechsle ich nun wieder auf den Home-Screen und möchte dir das gleiche auch noch beispielsweise für OneNote zeigen. Ich öffne also mit einem Tipp OneNote und werde nun auch in OneNote durch erste Schritte geführt, bestätige die Datenschutzoptionen und da ich mich nun bereits bei Teams angemeldet habe, sollte ich nun auch bei OneNote bereits angemeldet sein. Klicke ich nun links oben auf den Pfeil. Siehst du, ich bin bereits angemeldet und mit einem Klick auf weitere Notizbücher bekommst du nun eine Übersicht über alle deine Notizbücher und kannst diese gezielt mit einem Klick öffnen. Sie werden dann in OneNote auf deinem iPad synchronisiert und du kannst direkt von der OneNote App aus auf deine Notizbücher zugreifen. Mit einem Klick auf den Home-Button wechsle ich wieder auf den Home-Screen und zeige dir nun auch noch, dass beispielsweise wenn du Word öffnest, du wieder durch die ersten Schritte geführt wirst, Datenschutzoptionen, die Mitteilungen aktiviere ich hier und erlaube sie und somit ist auch Word startklar, da auch Word deine Anmeldung aus Teams und aus OneNote bereits übernommen hat. Das kannst du kontrollieren, indem du links oben auf dein Avatar-Symbol klickst und du siehst, du bist mit deiner E-Mail-Adresse bereits angemeldet. Nachdem du die Anmeldung in den Apps ausgeführt hast, wünsche ich dir nun viel Spaß beim Arbeiten mit den Microsoft Apps auf deinem iPad.